Philipp Heister, glaube ich, Philipp Hörröth gegen Tobias Merkel. Vorgabe zu mir beim Ziffern in der Asbach. Vorgabe zu mir beim Ziffern. 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 Okay, also, dann kann ich die Skelle begann, dass ich dann nicht gehe. Man kann nicht, dass einer 6-9. Ja, das ist gut. Man kann nicht, dass er 6-9. Ja, die müssen wir machen. Ja. Das ist die Leute schon geschaut. Das ist die Leute schon. 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 Das ist die Leute schon.